Das Jahresende naht, traditionell die Phase, bei der Banken, Vermögensverwalter und weitere Kapitalmarktteilnehmer ihre Prognosen für das nächste Jahr kommunizieren. Und wir wollen uns betrachten, ob es Sinn macht, die Prognose von Kapitalmarktpreisen in den Fokus zu stellen oder ob Anleger nicht besser beraten sind, die Vermögensplanung in den Fokus zu nehmen. Wenn wir diese Grafik betrachten, dann sehen wir, dass wir verschiedene Einflussfaktoren haben, wenn es darum geht Kapitalmarktpreise zu prognostizieren. Das ist die Konjunktur, da wissen wir aber auch, die Konjunktur und die Börse, die laufen oft nicht Hand in Hand. Wir haben die Unternehmensgewinne, die ja insbesondere im aktuellen Umfeld mit einer gewissen Unsicherheit versehen sind. Das Thema Zinsen und die Auswirkungen auf die Multiplikatoren und die Bewertung hat uns in diesem Jahr stark bewegt. Und das Thema Inflation ja ohnehin das Top-Thema. Wenn wir also diese verschiedenen Einflussfaktoren miteinander multiplizieren, dann sehen wir, wie schwierig es ist, daraus Ableitungen für die Zukunft zu treffen. Die Herausforderung ist also groß. Vielleicht kann man noch auf der langfristigen Perspektive für die Entwicklung auf 10-Jahres-Zeiträume vernünftige Prognosen anstellen, was die relative Attraktivität verschiedener Vermögensklassen zueinander angeht. Aber die kurzfristige Kursprognose von Kapitalmarktpreisen, die ist doch verschiedene Liebesmühe, weil die Kapitalmarktpreise und die Kapitalmarktteilnehmer sich natürlich auch adaptieren. Also viele Inputparameter, die miteinander verknüpft werden, führen also zu schlechten respektive unrealistischen Prognosen. Wenn wir dagegen die Finanzplanung und Vermögensstrukturierung mit ihren Instrumenten betrachten, dann sehen wir hier beispielsweise die Vermögensbilanz, also das Verständnis für den heutigen Status quo. Die Vermögensbilanz können wir nach Kriterien wie Rendite, Risiko, Verfügbarkeit und Liquidität auswerten. Wir können die steuerliche Effizienz prüfen. Wir können eine Liquiditätsplanung anstellen, die mögliche Aspekte aus fälligen Commitments für Private Equity oder Infrastrukturbeteiligung berücksichtigt, die mögliche Erbfälle und Unternehmensverkäufe oder Immobilieninvestitionen in einem Zahlungsplan abbildet. Wir können eine klar formulierte Anlagestrategie herstellen, strategische Quoten, taktische Bandbreiten, die können wir definieren. Wir können insgesamt ein vernünftiges Erwartungsmanagement haben. Was können wir eigentlich erwarten an langfristigen Kapitalmarktpreisen? Für Anleihen sind ja die aktuellen Einkaufsrenditen der beste Schätzer. Für Aktien sind es die zyklusgekletterten Kursgewinnverhältnisse in Kombination auch mit den freien Cashflowrenditen. Und natürlich geht es auch darum, das Ganze professionell umzusetzen. Wo setze ich auf aktive Manager? Wo machen passive Strategien Sinn? An welchen Stellen ist aktives Manager Alpha vielleicht doch nur passives Beta, sogenannte Faktorprämien? Wir können steuerliche Optimierungen vornehmen, die insbesondere relevant werden. Je größer die Vermögenshöhe sich darstellt und je komplexer die Familiensituation sich im Gesamtkomfeld auch ergibt. Also alles in einem, sehen Sie schon hier, die Multiplikation dieser verschiedenen Instrumente aus Vermögensstrukturanalyse, Liquiditätsplanung, effizienter Berücksichtigung von Anlageinstrumenten und deren steuerlichen Optimierung. Hier führt die Multiplikation verschiedener Instrumente zu besseren Anlagergebnissen. Von daher muss man sagen, in Abgrenzung zu den Kapitalmarktprognosen, dort sind viele Faktoren, die miteinander verknüpft werden, verschlechtern die Prognosequalität und ohnehin ist es sehr schwierig, Preise vorherzusagen. Wohingegen Sie bei der Finanzplanung und Vermögensstrukturierung ein besseres Ergebnis bekommen, wenn Sie die genannten Instrumente intelligent verknüpfen. Von daher sollten Anleger auch den ersten Fokus auf die Vermögensplanung legen und erst im zweiten Schritt auf die Umsetzung, auf die letzten Details der Preisprognosen, weil am Ende des Tages wissen wir doch auch, egal welche Prognose zur Inflation, Zinsen und DAX und Co. kommen, am Ende des Tages kommt es immer anders als gedacht. Und da ist das aktuelle Jahr 2022 wahrscheinlich auch wieder mal keine Ausnahme und in diesem Kontext sollte man auch die Prognosen von 2023 nehmen. Die sind interessant, um sie zu reflektieren, aber der Fokus der Anleger und der große Mehrwert für den Erfolg der Anlage- und Vermögensstrategie, der entsteht doch auf der anderen Ebene. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald. Auf Wiedersehen.